Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Baum mit Bart und ich darf euch willkommen zurückheißen bei den Hinterwäldlern. So, ja wir sind wieder hier. Ich sag an jedem Beginn der Folge erstmal so, das ist mir bewusst. Ich kann es aber trotzdem nicht abschalten. Also es sieht so aus, als ob die Baumwollpflanzen hier nicht wirklich wachsen würden. Ja, nicht wirklich. Ähm, aber ich hatte eine Idee. Ich hatte tatsächlich eine Idee. Ich würde ganz gerne Outfits verwalten. Nein. Anything. Anything. Was heißt, erzwingen, löschen. Zwingen, Kleidung, Stoff, Stammeskleidung. Zwei Drogen. Arbeiten. Na komm, ist egal. Ist egal. Und zwar hatte ich die Idee. Ich mach eine Karawane. Und zwar, ich bin hier. Da sind meine, meine Hampara. Und ich weiß nicht, vielleicht nach Mäbil oder Bezirk, die Buchhalter. Siedlung der Hypnodiseur. Rasthof der Künstler. Was ist hier? Hügel. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich würde vielleicht ganz gern zu denen. Genau. Ich würde ganz gern aufbrechen und eine Karawane erstellen. Und würde ganz gerne hier runter gehen. Nach Mäbil. Und würde versuchen, ob ich von denen vielleicht Tierfutter bekomme. So. Das nächste, was ich machen würde. Oder was ich gerne jetzt mache. Ich würde gerne die Boomratte weghaben wollen. Denn, nehmt mal an, die Boomratte würde durchdrehen. Dann habe ich hier tatsächlich ein mittelschweres Problem. Was bedeutet, ich muss jetzt mal rausgehen zur Boomratte. Was, 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 was? Rasenverbot. Trumpet. Oh, Mann. Am Bass liegt hier immer noch flach. Wie schwer ist er noch? Ist nicht mehr schwer verletzt. Das heißt, wir gehen hier wieder rein. Ne, die hauen sich gegenseitig nieder, oder? Oh, Mann, ey. Leute. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, die Leute. Werde jetzt benutzt von Togo. Und der Zedua auch fangen. So, und schon liegen sie wieder alle drei Frache. Ich weiß, dass es euch nicht gefällt, ja? Aber ich kann sie ja nicht ändern. Und das schließt ihr euch mir an und dann ist gut. Er ist sowieso am allergrüßen, oder? Gefesselt. Aber er will einfach nicht, er will irgendwie einfach nicht zu mir und sich mir anschließen. Das ist kein Problem. Genau, ich wollte eine Karawane machen. Dazu muss ich aber schauen, welcher Charakter am ehesten verschmerzbar ist. So, also Tiroa definitiv nicht. Ambas auch nicht. Koffertskapsel. Kraftstoff. Das ist auch okay. Das kann man auch mal bitten. Tja, wer ist am ehesten verschmerzbar? Ich würde eigentlich sogar sagen, der Drogo ist am ehesten verschmerzbar. Denn der Drogo, Medizin, Landwirtschaft, Fernkampf, Nahrkampf. Ja, das ist blöd, ne? Komboa. Ich würde sagen, er ist verschmerzbar. Kochen, sozial. Bergbau. Er hat Bergbau. Er hat Forschung. Also dann würde ich sagen, pass mal auf, ich mache das jetzt wie folgt. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wir haben schließlich noch keine Karawane gemacht. Und deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus. Ich erstelle jetzt eine Karawane. Und zwar geht mit zu dieser Karawane der Komboa. Es geht mit eine Boomratte. Und es geht mit ein Muffalo. Oder zwei Muffalos. Äh, was ist denn das für ein Muffalo? Ist das ein Männlein, Weiblein? Steht das hier irgendwo? Männlich, weiblich? Weiblich. Das Weibliche bleibt da. Ich glaube, männliches Muffalo. Das geht mit. Und da haben wir, glaube ich, nochmal ein männliches Muffalo, oder? Ja, männlich. Das geht auch mit. So, die Boomratte werde ich verkaufen. Gegenstände. Ich kann 175 Kilo mitnehmen. Das bedeutet, die Menschen hier nicht verkaufen. Tja, das ist ein bisschen schwer, aber das kann ich eigentlich mitnehmen. Genau, pass mal auf das da. Das da. Die Wurfspeere. Den Langbogen. Die Knüppel und das ganze Gelumpel kann ich mitnehmen. Das kann ich alles verkaufen. Dann haben wir das nämlich mal weg. Dann habe ich 16... Oh, 1675 Kilo. Wie ewig viel. Kräutermedizin ist in Ordnung. Das ganze Leder brauche ich nicht mitnehmen. Aber Kartoffeln. Guck mal her. Kann ich... Wie viele Kartoffeln... Wenn ich mal 800 Kartoffeln mitnehme. Ja, 800 Kartoffeln. Vielleicht 600 Reis. 700 Reis. 1.000 Kartoffeln. 1.000 Kartoffeln. Also 800 Kartoffeln wird... 800 Kartoffeln reicht, glaube ich, erst mal. Das heißt, ich kann ein Mufalo wieder wegtun. Das reicht locker. Ja, das reicht locker. Und ihr nehmt auch mit Silber. Geht das? Funktioniert das? Konfiguration Süd. Ja. Gegenstände. Silber. Silber bitte mitnehmen. Ist eh nicht mehr so viel. Und dann zeige ich... Go, oder? Go. Und zwar... Gegenstände einsammeln und dann so schnell wie möglich verlassen. Kann ich da jetzt zurück? Oder wie funktioniert das genau? Sammelt er jetzt tatsächlich die Kleidung... Äh, das Zeug ein? Das tut er auch. Wo geht er dann hin? Hier. Das ist ja cool, oder? Er belädt tatsächlich hier... Okay. Gut. Ja. Äh, das ist jetzt die Idee, die ich hatte. Weil ich glaube nicht, dass das Gras noch wächst bis zum 11. Und, äh, ich würde mich echt freuen, wenn ihr euch dann langsam aber sicher mal... Alter, Rauchplatz sucht. Sind voll... Voll drauf alle. Aber ganz ehrlich... Ich muss meine Gefangenen jetzt eigentlich nicht noch mit der Medizin behandeln. Oder? Das ist jetzt so meine Meinung dazu. Er hat Nahrungsmauer, da braucht er sie bloß essen. So, äh... Cass ist auch am forschen, glaube ich. Wenn die sich nur mehr anschließen würden. Meine Güte. Boah, wie sieht der Zusammenbruch leicht. Er wartet. Warum wartet er? Auf was wartet er denn? Auf bessere Zeiten? Hm, keine Ahnung. Auf was wartet er denn? Immer noch Wurminfektionen. Ach, komm. Stichnarbe? Wo hat er denn jetzt die Stichnarbe her? Hallo? Auf was wartet er denn? Auf was wartet er denn? Auf was wartet er? Hallo? Abmarsch! Ähm... Moment. Welt? Ah, weiß es nicht. Was wartet er denn? Hat irgendwie nicht geklappt, oder? Hat irgendwie nicht geklappt. Komm, wir probieren das jetzt nochmal. Ähm... Stelle Karawane. Kann er vielleicht nicht weg, solange er die Wurminfektion hat? Das wäre, äh... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wie das vielleicht der Grund ist? Weiß ich nicht. Also ich versuche das jetzt nochmal ein bisschen schneller zu machen. Äh... Machen wir mal 500 Kartoffeln. Ne, 700 Kartoffeln. Und... 800 Reis. 600 Reis. Und das Silber nochmal. Annehmen. Und jetzt... Macht mal, bitte. Ey, bitte. War das Muffalo vorher auch was weiß ich, wohin gelaufen ist, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Die sieht der Zusammenbruch schwer. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Hunger. Kann der... Isst der dann nichts, oder? Guck mal, dann breche ich das nochmal ab, damit er was isst. Ist ja unglaublich, oder? Ah, diese Wurminfektion. Diese Wurminfektion. Die macht mich doch wahnsinnig. Anne werden P geschlagen. Anne werden P geschlagen. Ah, Mann. Diu, duu. Diu, duu. Na gut. Na gut. Tja, da muss ich halt schauen, dass ich das jetzt hier ein bisschen, ähm, ein bisschen aushöhle. Jane ist schwanger. Jane ist schon wieder schwanger? Alter, die Hunde! Was ist denn nur los? Zweites Trimester. Ist aber schon weit, oder? Haben wir das spät gemerkt. Was ist ein Verbot, natürlich. Der nächste, bitte. Ja, Digga, du kannst dich mit Ambass nicht anlegen. So, ein Schock. Ganz schön verletzt, oder? Ne, eigentlich nur eine Prellung. Nur Prellungen. Muss man eigentlich alles nicht behandeln. Diese Kurzusammenbruch schwer. Warum denn? Warum denn? Starker Vergnügungsmangel. Die Misse Haustier Squirt. Also, der nervt mich. Der Typ nervt mich total. Der nervt mich wirklich total. Reisende der Fraktion XY befindet sich auf der Durchreise. Sollen sie doch sein. Soll er auf der Durchreise sein. Ist mir eigentlich egal. Komm, Boah. Du sollst jetzt bitte... Meine Güte, du sollst bitte einfach jetzt losmarschieren. Vergnügungsmangel. Dann spiel halt. Mach irgendwas. Muss ich echt warten, bis der... ...wieder gut gelaunt ist. Soll jetzt aber nochmal. Letzter Versuch. Ja, ja. Nachwärtsmangelvergiftung. Ist ja in Ordnung. Wer war das, oder? Wenn dich. Genau. Pass mal auf. Das Muffalo habe ich gehabt. Und den Comboa habe ich gehabt. Die könnte ich halt einfach mitverkaufen, oder? Die Boom-Rate wollte ich mitnehmen. Genau. Boom-Rate wollte ich mitnehmen. Ich wollte 800... Entschuldigung. Äh, ich wollte... ...600 Kartoffeln hier mitnehmen. Und hier 500 Reis. Äh, 500 Reis, bitte. Außerdem... ...die ist das ganze Gelumpe hier. Jetzt macht es bitte. Es sollte eigentlich nicht so schwer sein. Das alles zusammenzurichten. Und dann einfach mal los... ...los zu marschieren. Schauen wir mal. Kartoffeln hat er ja dann gut dabei. Das passt also auch. Äh, was macht denn eigentlich Rentier? Die sind so damit beschäftigt mit den Leuten hier. Dass sie die anwerben oder irgendwas machen. Äh, dass sie gar nicht dazukommen, irgendwas anders zu machen. Also irgendwie... ...Kleidung herzustellen oder Essen herzustellen oder sonst was. Das ist eher suboptimal. Ach, Mann. Ist sie nicht so sozial begeistert? Ja. Kann sie den nicht... ...ausziehen kann ich den. Die sind gestresst. Tja, immer noch Wurmeninfektion. Ich hoffe, das hört bald mal auf. Das ist vielleicht nervig. Wiesling ist untätig. Kein Bergarbeiter. Landwirtschaft. Oh, hat er das geerntet? Haben die das gegessen? Hab ich Heu? Was ist damit passiert? Haben die das echt gegessen jetzt so? Geht fast so aus, oder? Geht fast so aus. Dauert ewig, oder? Bis ich das eingeladen hab. Ah, ich hoffe, ich werde nicht überfallen währenddessen. Ja, der Teufelsgampel ist der Wegst natürlich auch nicht. Wenn man den kompletten Wind ist, ist aber das wahrscheinlich brachliegen. Ein bisschen schade. Guck mal, das ist eine Katastrophe. Mit dem... Das ist eine Katastrophe, bis er das alles eingeladen hat. Und währenddessen ist da halt nix. Das ist halt wirklich nervig. Also das ist tatsächlich vollgasnervig. Na gut. Na gut. Wie gesagt, ich kann jetzt momentan nicht so viel machen. Außer warten, dass jetzt die Forschung bald beendet ist. Und das ist sie auch. Das heißt dann noch mal Elektrizität. Ich könnte es demnach noch schaffen, vor dem Winter eine Klimaanlage zu bekommen. Aber auch nur, wenn ich es schaffe, hier unten irgendwie Strom anzubauen. Also irgendwie Windturbinen oder sowas oder Solarpanels. Weiß ich aber nicht wie und ob und keine Ahnung. Irgendwie wird mir mein Lager langsam zu klein. Das ist der Zusammenbruch extrem. Hilft ja nichts. Ich muss die Karawallien nochmal abbringen. Ach, Mann. Das ist blöd. Das ist super blöd. Aber ich kann mal schauen, was der jetzt als Elementar hat. Der hat da schon einiges dabei. 750 Kartoffeln, 525 Reis. Okay. Das kann ich mal so stehen lassen. Das heißt, ich dürfte es noch ein oder zweimal machen. Und dann hätten wir es eigentlich soweit. Und dann könnte er endlich losmarschieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und hier macht Essen. Ja, Nahrungsmittelvergiftung ist ja schön und recht. Guck mir, das reicht, die Kartoffeln. 800 Kartoffeln. Sind 800 Kartoffeln hier drin? Das sollte doch eigentlich reichen, oder? Von Winter. Außer ich muss nochmal jagen gehen. Das kann mir natürlich auch passieren. Das kann mir auch passieren, dass ich nochmal jagen gehen muss. Aber dann sage ich euch ganz ehrlich. Dann gehe ich hier runter, weil ich habe da unten... Oh, das sind Bubenratten. Da lebe ich sehr gefährlich, wenn ich mich da angreife. Hier, genau. Hier sind Grizzly. Hier sind Steinböcke. Also das ist die einzige Möglichkeit, was Sinn macht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Das war jetzt leider ein bisschen eine Wartefolge. Ich hoffe wirklich, dass jetzt dann mal irgendeiner sich mir anschließt. Ich meine, eine Chance von 50 Prozent heißt, er müsste es doch irgendwann mal funktionieren, oder? Also bei Trumpet und bei SI, das verstehe ich ja noch. Aber bei den anderen, das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Aber gut, sei es drum. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Lasst mir bitte Abon und Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao, ciao.